Ein Job am Ende der Welt. Ich beschütze die Arbeiter vor den Gefahren, die sie nicht sehen können. Es vergeht keine Sekunde, in der ich nicht irgendwie an dich denke. Wir brauchen ein Feuer, dann suchen wir nach Essen. Wenn wir uns nicht bewegen, sind wir am Arsch, danach wehren wir. Wir finden uns schon. Wir wissen, dass unsere Maschine vom Radar verschwunden ist. Kein Mensch findet uns hier, hier nicht. Wir finden raus, wo Süden ist und marschieren los. Das wird so eine wilde Geschichte für Partys. Was ist das? Schlicht auf, steht auf. Was ist das? Nicht bewegen, am besten einfach zurückstarten. Wenn wir bis zu den Bäumen kommen, können wir uns besser verteidigen. Lauf, klauen! Halt ihn! Das darf doch nicht wahr sein. Wir können runterklenken. Wenn wir dem Fluss folgen, haben wir eine bessere Chance, Schutz zu führen. Wie verhalten wir uns jetzt weiter? Wir müssen sie töten, einen nach dem anderen. Ich will dein Gesicht sehen, deine Hände in meinen spüren. Ich stehe bei! Halt ihn! Hab keine Angst. Halt ihn! ller